Let's play games Duke Nukem Forever mit dem Ducky Priest. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Duke Nukem Forever mit mir, dem Ducky, dem Priest, dem Ducky Priest. So. Weiter geht's. Wo wollten wir denn? Na hoch? Ne. Mit doch keinem Plan. Jo. Ach, wir suchen ja diesen Generator. Generator, Generator. Ist nicht wirklich echt ne Ahnung hier. Ah, da ist er ja. Systeme. Was gibt's hier? Ein RPG. Damit sollte es gehen. Damit sollte es gehen. Da hat er wohl recht. Was gibt's hier jetzt? Boah. Schwein. Boah. Mal hier rein zum... Ich glaube, ich nehm doch mal ein RPG. Boah. 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 habe ich bin ja nachweislich nicht sehr begabt in solchen sachen muss er was fragen das hat jetzt erstaunlich gut funktioniert wo geht es hier her geht es lang hier geht es da hoch oder geht es jetzt probieren wir lieber noch mal den kranen schwenken du schwein ja baby schießt denn da menschen was haben die denn mit mir ich bin aus regels wir schießen erst stellen später so hier muss ich gar nicht hin mir fällt nichts ein die das schießt sich den mal gleich alles eine frage der reflexe mal gucken versuchen wir doch das mal richtig schön einzuschlagen hier und kommen wir mal mehr Bööö! Ich glaube, das war schon... Schon? Ah! Wäre mir nicht schlecht, ein bisschen runter zu lassen, die Aktion. jetzt komme ich da nicht vorbei oder was ja jetzt aber und Wow! Was war das? Jojo. Man, Juck, da müssen wir doch mal ein bisschen aufpassen. Okay, das bringt jetzt schon mal nix. Okay. Hm. Ich weiß es nicht genau. Links runter oder rechts runter sterben? Was ist denn nirgends runter? Was mache ich denn hier? Nein. Ich stell mich nur wieder sehr, sehr, sehr gut an. Ach, cheaten kann man da auch. Ja. 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 Ich bin verharsen. Ja. 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 Und mit der Duke-Side geht es auf jeden Fall besser. hier geht es auch nicht drunter also muss da hinten irgendwo weitergehen ja Hä? 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 Check's nicht. Wie kommt der Ich da runter? Wer? Hä? Oh je. Wie, der hat sich bewegt. Voll eklig. Ah. Okay. 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 Mach kein Zillen. Okay. Was ist das? Das ist alles so. Das ist irgendwie eklig hier. Gibt's von hier kommen? Ich weiß gerade gar nicht. Soja. Hä? Hä? Aua. Ich brauche die Jungsicht hier. Kölle, 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 Kölle. Hier hängt alles voller gefangener Menschen. Ich brauche nur noch 10 Schuss. Was habe ich noch? Ah, Schrot. Okay. Das klingt irgendwie verdächtig nach einem Monster. So. Packfleisch. Ich bin gar nicht erschrocken. Ich will nicht schwanger sein. Ich bin zu jung, um schwanger zu sein. Ich muss bitte nicht schwanger sein. Ah. Ach, die haben die da oben hingehängt, um sie zu befruchten oder was? Das tut man doch nicht. Kölle, Kölle. Gut. Wie? Wie geht's? Das tut er. Ich bin das in das ein Schmack hast. und schieb sie dir in den Arsch! Das ist jetzt da rein oder was? Hm. Ah. Okay. Cool Idee. Was stimmt mit dir nicht? Ach, das sind meine zwei. Oh mein Gott. Ich will sie schon treten. Oh mein Gott. 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 ich stelle mich gerade etwas blöde an hier waren noch drei stück da war eine eine offen ich muss doch die kugel hier nehmen war doch vorher nicht so hell man so machen wir lieber so ach hier muss ich den andocken jetzt hat er es verstanden wo kann das mal ein bisschen mehr licht haben warte mal kann ich den einfach nehmen aber was die kugel leuchtet so hell so jetzt würde ich aber sagen danke fürs zu sehen meine lieben leute und bis zum nächsten mal und stay tuned danke tschüss euer daki ciao